Das ist Magalie. Aha. Führe sie auf ihr Zimmer. Nein, das liegt nicht im Schloss. Dort drüben hat man sie. Euer Majestät, der Tag ist erbacht. Ihr solltet eure Musik vielleicht selbst komponieren, Majestät. Witzig ist. Ich teilte mein Bett letztes Mal mit Madame Sartre. Ich teilte mein Bett letztes Mal mit Madame Sartre. Wo ist es? Die Verscheidenheit kommt ihr bei mir. Die hintere Kleider, die die Kultur reißt, hat viel mehr gefragt. Sieh dir die beiden nochmal an. Hier passe ich nicht hin. Das ist meine Aufgabe, dass ihr das tut. Für mich hat er dann... ...die letzte ist, oder nicht? Sie scheinen wirklich. Ich bitte. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Ich bin schon mal. Als erster erweist durch seine Eherbietung, Monsieur Jean Michel Lantillat, Sohn des Spitzen- und Seidenkaufmannes Pierre Lantillat. Ich bin schon mal. Er ist bereit in die nächste Lärzung. Ich verstehe. Ich bin schon mal.